hey und willkommen ich bin herr bergmann und willkommen zu let's play minecraft mit sergeant max und ja herr bergmann juhu juhu schönen guten tag der master of the unmoderation das sage ich du bist echt der master of the unmoderation for the universe schön wieder mit dir zusammen zu spielen lang hat es gedauert drei vier wochen haben wir jetzt echt zeit und haben uns zeit gelassen ist ja auch unglaublich viel passiert das spiel noch mal anreißen denn wir haben dritten versuch hier gerade diese map zum laufen zu kriegen und jetzt sind wir dabei wir müssen bei noch kurz in den gamemode zwei schenken ganz kurz noch kurz erwähnen wir spielen die map lost in the lost potato genau und und muss man dazu sagen chapter 1 das heißt noch mehrere chapter vermutlich es ist luft nach oben das ist da oben für 1 6 das heißt pferde sind dabei aber ein kleiner wehrmutstropfen wir können die schilder nicht verwenden weil die gibt es noch nicht gut geupdatet sonst nicht weiter stören wir achten nichts dazu kann man sagen back to the roots praktisch sozusagen ja wir müssen gezwungenermaßen mit john smith legacy spielen leute die mein tutorial gesehen haben quatsch mein tutorial mein best-of-texturenpakete wissen dass mein absoluter favorit derzeit dandelion ist verwende ich jetzt aber hier mal nicht ja legen wir los weil ich kann doch hier drücken nicht so hier warte mal passiert only switch when you finished reading ich weiß auch genau warum war jetzt kommen diese lava von oben runter die uns vorhin nämlich schon reichlich verwirrt welche lava von oben ja welches büchlein hast du und was steht drin ich habe ich lese vorher übersetzt ist doch direkt für die lieben zuschauer okay warte ich muss aber ganz so wie das buch heißt schlechter traum lava kommt runter pass auf du hast du hast geträumt hast du nicht die wachen haben dich zu einem schloss mitgenommen in einem gefängnis und sie reden über deine exekution es sieht so aus als wäre es alles ein traum glücklicherweise bist du zurück in deinem kleinen schönen haus und genießt die freizeit würde ich gerade sagen genießt die den frieden und die ruhe okay so warte das zweite buch moment was hast du gemacht hier so see you later der der traum der traum spaß geht alt geht alt sei ich kann ja nicht mal richtig übersetzt mehr um neben der spur oder wie spät haben wir es jetzt halb zwölf ja das sind wir jetzt also ich habe im Sinne von der traum wird wohl ungefähr wahr ne so kann man sagen shit just got real ich habe jetzt hier einen brief noch bekommen von dem gefängnis besitzer der sagt das hast du ja vorhin schon erwähnt ja wir bei tod sind und zwar in zwei oder drei tagen aber dass es hier einen fremden gibt der uns helfen wird rauszugehen und der fremde ist nämlich hier oben das wissen wir nämlich schon meint sich kann die bücher wieder wegschmeißen jane ja nehmen sie doch lassen sie doch nehmen sie doch lass sie doch weg ich nehme sie erst mal mit hallo stranger ist es stranger bis jimmy joe des general ja der traum wird langsam werden und folgen die hier wir haben eine minute um rauszukommen das haben wir eben schon gelesen aus dem raum ja da sind wir schon raus wegen der lava was erzählt hat ist völlig wurscht du hast die axt genau taste ich habe noch eine lasso ja okay das war irgendwas auch mit dem mit dem schweinchen das war mit dem pferden glaube ich der das pferde tutorial besagt nämlich dass du manchmal die pferde an die leine nehmen sollst damit du mit dem pferd durch die dünnen räume kommst irgendwie so keine ahnung na wir schauen mal ja also wir sind auf jeden fall raus hast du fackeln haben wir nicht so hier warte doch ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe okay eins und man kann das schwein gehen wir weg immer weg weil sonst schlage ich dich gleich das wäre so nein es ist die axt kaputt ernsthaft das kann nicht wahr sein also normalerweise liebe zuschauer hat die axt immer für diese beiden das gibt's doch jetzt kommen wir auch wieder nicht hoch hier es ist ein witz oder wieso hat die axt denn nur zwei okay wir müssen jetzt unfreundlicherweise einmal ganz kurz den gamemode auf null ändern wenigstens ja dann kommt dass das hinter der kommst ja nicht vor dass keiner gesehen ich gucke weg ich gucke weg ich kann das nicht sehen ist verbuggt bis zum geht nicht mehr so so nichts passiert gut das hat geklappt guck mal ich habe ich habe das schweinchen hier irgendwie ran gemacht dieses unschuldige schweinchen sehr gut das können wir jetzt gleich mitnehmen ich habe es an der angel ist ja der wahnsinn okay hier ist ein hebel ich habe es an der angel wie es dir folgt man oft völlig verbuggt ich höre immer auch die lava irgendwie hier ist ein schild warte mal das ist aber da ganz hinten warte vielleicht kann ich das so mal rein digga ja moment mal warte mal eben geh mal weg da gameplay hint so weiter ich kann es nicht ganz lesen before you jump down in a hole push the pick down first okay also bevor wir ins loch springen soll das schwein runter schubsen macht sinn ja macht sinn ich meine das ist ja auch genau meine art würde ich sagen auf jeden fall machen wir ja auch ganz gerne wenn wir mal abends unterwegs sind richtig dann schuppen uns gegenseitig in irgendwelche löcher oh nein um gottes willen könnte man auch falsch verstehen ach wie kann man das denn falsch verstehen das thema von deinem neuen job mein lieber gleich warte lass mich kurz gucken ob wir jetzt hier ready to slurp sind dein stick ist doch noch nicht ready for splash oder wie tork so eigentlich ja guck mal hier sieht schon viel besser aus jetzt geht alles komm mal ruf hier hast du das schweinchen noch dabei ich habe sie an der angel an der angel sage ich die ganze zeit an der leine an der leine okay rein theoretisch überlege ich jetzt ob wir die dinger hier mitnehmen können wir sie wieder platzieren dann können wir uns zumindest irgendwo welche dinger denn die liaren hier artilien kann man abbauen was ist hier auch wieder ein trichter die und beruhission muss buch nee die kannst du confiscanks starten ok also wir haben hier fünf notizen die können wir finden und die werden uns dabei helfen hier zu entkommen offenbar gab es schon mehrere leute die hier versucht haben aufzubrechen und die waren so freundarias alles zu Argentina Komm, Fiffi, komm. Komm, Fiffi. Aber wo müssen wir denn jetzt lang, mein Freund? Hast du einen Plan? Hast du eine Idee? Ich überlege gerade, aber ich vermute mal. Da oben, da oben. Hier, hier, hier. Zack, hier hoch. Wo bist du denn? Hier, über dir. Was heißt denn hier? Da, hallo. Ach, ah ja, okay, also. So, und jetzt gehe ich hier rüber. Kann das Schwein denn mit hier hoch? Das weiß ich nicht. Vielleicht kann ich gleich eine Tür öffnen da oder so. Ich weiß es nicht. Aber bist du auch durch die... Durchs Spinnennetz gelaufen? Genau. So, Notiz 2. Aber das Schwein kann einfach direkt unten durchgehen, stimmt. Ja, so krass ist das. Nee, das ist ja unten ein kleiner Spalt. Ja, gut, okay. Okay, dann war der Tipp wahrscheinlich erst für eben bestimmt. Sag mal, klaust du hier eigentlich alles? Ich kann dir die Bücher gerne geben. Hier, zeig das. Ego, man, hier, Alter, nimm das Buch mit. Da steht nur, da stand nur drin jetzt. Hau dir so einen ollen Schinken um die Ohren. Ja, dann nicht, ey. Innocent Pinkelet, das unschuldige kleine Ferkel. Das wir gar nicht in ein Loch stopfen müssen. Also hier hinten sind Bilder von zwei Schwertern. Mach mal kaputt. Ich hab ein Schwert, oder? Ich hab ein Schwert. Ich auch, ist ja der Wahnsinn. Alter, geil. Ja, fast durchgespielt, würde ich mal sagen, ne? Ja, lass abhauen. Zieh mir zum Beispiel. Wir sehen uns am Morgen mit einer neuen Map. Genau, tschüss. So, da hinten sind... Warte mal, warte mal, das Schwein ist weg. Das Schwein ist weg. Ach nö, die, die, die... Das Lasso ist weg. Hast du das aufgehoben? Ach nee, hier ist es. Alles gut. Mach mal keinen Quatsch jetzt hier. Hiffi, komm. Ach nee, wenn das da hinten hängen bleibt, dann reißt die Leine irgendwann. Ja, das hast du ja toll hingekriegt jetzt hier. Ähm... Warte mal, eben, das Schwein will nicht mitkommen. Doch jetzt. Ach, wir können ja die Dinger kaputt machen hier, ne? So, warte. So, jetzt geht's, dass das möglich sein soll. So, hier hab ich einen feilen Bogen, kein Problem. Brauchst du was zu essen? Ja, unbedingt. Ja, hier, ich geb dir einfach mal die Hälfte. Zack. Warte, ich hau mir erst mal ein paar Äpfel hinter den Stirnlappen. So, Schweinchen, du kriegst leider erst mal noch nix. Müssen wir wieder raus hier, oder? Denk ich mal. Okay. Hast du das Loch schon irgendwo gesehen? Hier, 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 hier. Sollen wir das Schwein zuerst reinschubsen? Warte, 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 warte. Da gucken wir jetzt noch mal kurz. Stand das da? Äh, ja, okay. Ich mach's jetzt. Nein, schubst es rein, schubst es rein. Ja, warte, ich muss... Nee, warte. Och, Schweinchen, komm mal her jetzt hier. Fifi, komm. So. So. Und tschüss. Ups. Okay. Ist was passiert? Jetzt warten wir kurz, vielleicht explodiert irgendwas. Geronimo! Nee, sieht nicht so aus. Vermutlich müssen wir das Schwein einfach mitnehmen, darum ging's jetzt. Ich, ich nehm's jetzt erst mal mit. Okay. Gehst du denn vor, oder? Kann ich machen. Ja, ich kann ja nicht anders machen. Warte, 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 das sieht aber nach der Falle da vorne aus. Oh! Was machst du? Da war ein Stacheldraht. Warte. Ein Stacheldraht war... Ich entschärfe ihn. Tschüss, 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 tschüss. Einfach alles mit hier. So. Nein, der Schwein kommt nicht mit rein, verdammt nochmal. Ja, doch, nimm's mit jetzt. Nee, 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 bleib du mal draußen, bleib du mal draußen. Nein, 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 nein. Einer muss gucken, sonst kommen wir da nicht wieder raus. Whoever you are, you think you're, let's face it, you can get one out of here unless you start to accept me as a ruler. Also, wir kommen hier nicht raus, es sei denn, wir akzeptieren ihn als den, ich nenne ihn einfach mal den Regulador. Darf ich jetzt mit rein? Nee, warte mal eben. Alter, was passiert hier? A. Ich möchte auch was sehen. Ja, dann komm rein jetzt. Das Problem ist, ich bin immer mit meinem Schwein hier so ein bisschen irgendwie... Ich will dieses... Was sollen wir denn hier machen? C. A, B, C, vielleicht hintereinander drücken. Siehst du irgendwo A, nee, oh Gott. Ah, warte mal, okay, 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 okay. Das heißt, wer ist denn, wer ist, äh, warte mal, äh, wer ist denn, äh, der, der Ruler? Das weiß ich nicht, wer der Ruler ist. Dann müssen wir nämlich die funglichen Buchstaben hintereinander drücken, weißt du? Keine Ahnung, ich geh jetzt einfach hier weiter. Geht nicht, verdammt. Pass auf. Wer ist denn der Ruler, ey? Ja, warte, warte, warte. Potato vielleicht, potato vielleicht. Ich hab jetzt auch, warte mal, ich hab die Bücher. Ja, warte mal, da hab ich jetzt nur, also einmal Ecke. Nee, wie heißt der? Dawley, heißt der doch, dieser komische Prinz da. Nee, der hieß, äh, ja, Dawleak. Ja, pass auf, machen wir. Ja, hier, 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 genau. Der, der denkt, er könnte die Welt, äh, Rulen beherrschen. Richtig. Dann machen wir, okay, pass auf. Dann D, komm, ich, ne? Hast du das? Wo ist denn das? Das D ist, äh, nach C. Ja, ist aber ein bisschen komisch aufgebaut da unten, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Hm. Hier ist das P. Ich bin gerade ein ganz wenig verwirrt, aber nur ein ganz kleines bisschen. Warte mal, hier ist so eine kleine Höhle. Wie ist denn hier nochmal A? And respect my title. Ach, wir sollen seinen Titel auch nicht vergessen. Wie heißt der? Prinz, ne? Wie stand das da? Also steht hier in so einer kleinen Nebenhöhle drin. And respect my title. Respektiere meinen Titel. Jetzt sag mal bitte, wie heißt der, Spinner? Ja, bist du jetzt sicher, dass wir den Prinz auch noch dazu machen müssen? Ja, heißt der Prinz? Ist das ein König? Hier steht Prinz, ja. So, pass auf, machen wir P. So, warte. Schweinchen, geh mir nicht auf den Sack. Wo ist das R? Das R. Was ist das da? Da ist es. So, pass auf. Nein, ich bin runtergefallen. Hab ich es angemacht? Ja. Oh, Hintergrund läuft gerade Rex. Rex Power Cold, ey. So, N. Hast du das I schon? Ja. Ja. Warte, N. So. Okay, C hab ich. Ja. Wo ist das I? Hier. Okay. Das Geilste ist, haben wir dann zwei I? Da ist was passiert, warte mal. Irgendwo ist aufgegangen. Ich hab's genau gehört. Nee, ist bestimmt nichts passiert. Nee, hier, hier, hier ist es aufgegangen. Wo denn? Ach da. Prinz. Hier ist ein Key, aber das ist eigentlich ein Button. Ja gut, jetzt kommen wir hier wenigstens wieder raus. Okay. Sollen wir jetzt trotzdem noch Doorleak eingeben? Nö. Okay. Oh, oh, Vorsicht, Spinnen. Schweinchen, komm zurück. Wo siehst du denn da eine Spinne? Siehst du die nicht hier? Da. Ja, warte. Stirb, stirb. Oh Gott, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ich werde sterben, Bergmann. Nein, wirst du nicht. Halte durch. Ich trinke einen Schluck Wasser. Es hilft nichts. Und dieser verkackte Titel ist ganz so dermaßen laut im Hintergrund. Rex Power Cold. Ey, ich häng hier fest. Ich krige dir das. Ich hab nicht... sicher.